Mein Name ist Susanne Schulz und ich bin der Market Development Director betreffend unserer Partnerschaft hin zur SAP für den deutschsprachigen Raum. Vor über 20 Jahren habe ich proaktiv eine Bewerbung an Accenture geschickt und innerhalb von kürzester Zeit hatte ich eine Zusage und dann lag es an, mir eine Entscheidung zu treffen, ob ich wirklich mit Mitte 30 das Terrain wechsle und ich habe den Sprung gewagt. Unser Business ist ein People-Business und das Zusammenspiel unserer SAP Community innerhalb von Accenture mit unseren Kunden hin zur Partnerschaft mit der SAP, das ist, was mich jeden Tag fasziniert und dadurch ist auch jeder Tag abwechslungsreich. Ich bin immer wieder fasziniert von der Durchmischung unserer Teams. Mitarbeiter jeglichen Alters arbeiten hier miteinander. Es ist ein generationsübergreifendes Arbeiten. Wir lernen miteinander. Jeder bringt jedem was bei, die ganzen Sichtweisen, die wir hier sehen. Das hilft uns im Daily Business, gemeinsam für den Kunden da zu sein. Also, wagst du auch den Sprung? Wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bis zum nächsten Mal. booid Tschüss! uu? ann G tongue can sjail.